hallo und schön dass wir hier dabei sein ich habe jetzt 12 1 k gemacht da haben auch schon das kann man da oben reinstecken und jetzt soll man daraus 4k machen dafür brauchen wir dann noch diese komischen linger dafür brauchen wir dieses mal silikon silikon brauchen wir natürlich dann als ganz kleino silikon aus geht das wird noch war ja früher mal scheint nicht mehr also es geht wirklich nur noch aus dann du kannst du mal hier weg und mann das dann bleibt man auch noch ein bisschen von glas kann man auch hier reinjagen ja ein bisschen silikon kriegen denn wie gesagt wir brauchen ja hier noch silikon wenn dann die 4k ob man da hier das heißt immer rein nur silikon rein hier eigentlich hat sich acht bei der bonner zu mit 12 immer 4 6 also dreimal die kümmer raus die 4 pro jeweils 4,4 gut dann haben wir noch ein paar davon ein bisschen heißen rein acht stück sollte vorerst mal genügen und dann können wir hier oben ja schon anfangen das herstellen da brauchen wir jetzt ist es immer wieder ist es kann das rätst du also das redest du als du brauchen ein bisschen und was ich danke auch nicht mehr so viel also das und das und da können wir ein kastort blocken jetzt noch mit und das sind aber mal ihr stück wo den mal 12 genau 3 mal 4 mal 4 mal 4 16 das heißt wir brauchen dass er noch mehr 12 16 dann hier noch ein paar von die noch brauchen und mehr glaube ich ja so da ist werde ich gut davon noch mal 3 dann kommt gleich der vierte dann hat man die erste fährt das ist richtig im kopf habe du es wird kratzt und doch jetzt haben wir noch genug akkotter gehörter zu 1 2 2 4 genau dann haben wir davon vier stück und die anderen dinge mit dann haben wir noch nicht mehr genau dazu da unten ein paar zu musiken 9 ob da brauchen wir ein paar von den einwandigen haben auf alle fälle 12 und die müssen natürlich noch zusammen bauen das ist ja auch wieder so eine sache oder wort so dann noch mal drei und vier gut als die hätten wir jetzt mal zwei dann brauchen wir wieder kraft ding hammer mal legen ob man hier vielleicht da könnte man machen werden kraft in dem bauern so lange bis wir es haben wir hier zum beispiel als rausnehmen bei einer mit der restung und dann hier rein tun und hier mal gucken da brauchen wir dann das und ich glaube glas waren oder glas und redstone was jetzt noch was weiß man so so und klar schaut jetzt natürlich doch mal ein mutter was du Junge der erste 4k haben wir schon mal da reinwerfen aber 4k speicher schon um gucken was haben wir hier vier stück haben wir das ist gut 1 2 3 4 da muss ein zweiter ausnehmen ihre anwerfen meine 4k raus am zweiter schlafen schlafen ist immer wichtig das muss man einfach das gehört zum leben schlafen ist einfach richtig ich glaube das kam aber es ist so wichtige das wichtig ist er am leben schlafen finde ich darf uns ja gut braucht jemand so dann hier noch dann fehlt natürlich der noch und dann fehlen aber hier auch noch welche das heißt hier die noch gut ist wird dann natürlich der untere noch da habe ich schon zweig da kannst du mal hier weitermachen dann du da kann man ein vierer so ein gebäuß gar stimmt und wir und hier haben wir ein so so da haben wir genug vierer jetzt mal vier und 16.000 alt und ich glaube das reicht für anfang mal aber natürlich dann ein bisschen weiter aus so können wir ja hier weitermachen ist doch egal ja keiner wir brauchen dann noch ein kräftigen wird um genau zu sein dass das heißt diesen hammer dann brauchen wir zwei mal mit gold drin okay das sollte nicht so schwer sein das ist ein gold 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 da zehn stück ist doch egal so und davon brauchen wir noch ein paar das heißt silikon noch sechs stück der da oben macht hast du dann was wollen wir noch die hammer und das ist basic prozessor basic prozessor müssen wir herstellen indem wir das hier noch einer von zwei stück können wir lassen die machen wir gerade das passt auch die müssen wir damit gold zusammenfügen das gold brauchen wir wie oft jetzt zweimal datei spendiert einer fertig ist du dann kommst du 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 und retten und zweimal genau den haben wir jetzt vier mal genommen auch angekommen aber aber mal du weißt gerade etwas tun gut dann halten mit maschinen casing bauern das heißt und das domano 9 hoch interessant dreist nie wir wollen ja auch noch vier stück das heißt und noch nieder quatsch ich glaube nieder quatsch haben wir nimmer das kann ich mir nicht vorstellen dass wir da was haben doch wir haben sogar noch geil so gut dann was wird eigentlich dann noch den haben wir doch den und morgen oder konstruktion ok basic und dann brauchen wir hier noch die zwei und noch einer fehlt oder der rote basic und nieder quatsch nieder quatsch und basic basic haben gut das heißt jetzt alles für das weiterzubauen der reihe war natürlich ein traum aber das hier bei den table advanced und das geht das soll jetzt nicht nur das problem sein das haben wir jetzt wirklich alles also öfter wird das und das dann haben wir mal das wichtigste vorher und das kann ich einfach hier dran kommen wir zu den ganzen sachen noch dazu und wird ja nicht mal geladen ein bordes leder ok ausgeschalten erscheint geht da der energie runde ok wieder geladen wird weil wir einfach zu wenig produzieren oben mit einer windmühle natürlich jetzt schon ein bisschen heavy ist mit einer windmühle aber können aber eine zweite zu klatschen wir nehmen einfach die hier klatschen sie mit dazu dann bräuchte man die ja hier eigentlich aber so dringend aufeinander kann man hier lassen wir sind falsche kabeln wir müssen ja die second kabel nehmen so dann haben wir das sicher noch irgendwo kabel das weiß ich hundertprozentig erste kabel und du brauchst etwas zum hochbauen an dem kommst du noch mit so hochbauen wie hier einfach eine zweite windmühle mit hinzu und dann haben wir auch kein problem mehr dann einfach gegenüber auf ja wobei was kann das zu 200 200 gut was ist da die reichweite 5 mal 5 was so jetzt genügend liefern in den strom für unsere arbeit mir das denke ich da ich hoffe ich bin da gute zuversicht dass wir jetzt hier den strom haben genau der und der ist voll in lade bringt da nichts ab gut perfekt so was man sagt kräftigen wird das müsste jetzt irgendwo herumlungen hier ist es dann kannst man das hier hin und jeder haben kräftigen wird und jetzt können wir einfach hier alles reinwerfen was wir so haben was wir nicht mehr brauchen und wenn wir hier gucken dann hier zum beispiel haben wir 500 items drin ist zwar relativ viel aber trotzdem gar nicht so viel man glaubt ja wir fangen hier mal ein bisschen mit den wichtigen sachen an kann man sich ein bisschen vor vorarbeiten dann immer wieder nach und nach die wichtigen sachen hinzufügen wandten dass das ist ja nicht alles wirklich 100 prozent immer wichtig am anfang ja wirklich mal die sachen die man jetzt dringend braucht zu kraften jetzt tun dann noch dann können wir uns ja dann gleich noch ein paar weitere beieinheiten machen und beim ersten 1600 ok so viel haben wir jetzt noch nicht drin das ist gut das ist gut dass das was wir um das ist dann immer wieder redstone hammer schon so sowieso kabel ok also sich schon ja es ist schon einiges anhalten und mal ehrlich zu gestehen oder konium dann die eventuell dass das dort das braucht ab und zu ember vielleicht das ist immer gut das ist gut dass das schon ein bisschen gucken die sachen die wir jetzt auch um kraft und das wir die mal schauen dass die drin bleiben und der rest mal noch nicht ist dann kohle immer rein das immer wieder das immer wieder klasse natürlich so eine sache kann bau da wir werden dann sicher einmal ausbauen und alles rein klatschen das ist natürlich auch klar aber müssen hat gesagt jetzt haben wir schon gerade acht und dass das eine mit bald wollen wir haben noch nicht viel drin auch bedenkt so kam es dann brauchen wir immer wieder zu karten blind das bau mal zu kraft holz auf alle fälle genau aluminium ok zum fleisch das weizen wackeln ist auch eine interessante sache farbstoffe natürlich auch reis braun als netter als farbstoff sticks zur kohle also damals mal das nötigste so in krumm und ganzen hier ist ins klub und kack und dreck was ich hier um ab ja brot eisen dass das so ist ja kohle haben schon gehabt datum ist denn da immer als haben wir ihn auf und dann ja die blumen hat ein bisschen weil farbstoffe interessant werden ob sie dann ist auch nicht verkehrt leder eventuell da wo wir noch angucken hier wieder farbstoff bisschen aber wenn wir uns ein bisschen zurückhaltend mit den ganzen toll vorerst mal denn das sollte schon bisher vorher aus und gehen dann hier kann ich zum beispiel sagen den ganzen mist hier mal gleich umbandeln damit dann black lotus war kein farbstoff dann wir das gut dann haben wir das das ist und hier gut ein bisschen brot dann mal gleich bitte da haben wir was zu fressen aber 5000 ja es ist halt echt immer schwierig alles mit reinzunehmen weil man hat einfach nicht weiß was jetzt wirklich sinn macht und was nicht gut dann dass die kann man leer machen mit ihr nicht alt und rennen rumlungen damit das auch passt gut leute da würde ich sagen ich werde jetzt offline nach ein paar festplatten bauen wert dann vielleicht also es ist immer so eine sache wenn ich das sage mag es eh meistens nett aber vielleicht auch werden ein bisschen umbauen hier damit wir ein bisschen schön haben und würde sagen ja das war es dann soweit erst mal von mir bleibt dran ich gehe noch mal die schnelle endermann hier abbiegen ich kriege ich noch eine enderberle beziehungsweise einen kopf weil die körper sind sehr wichtig hier geblieben endermann mein arschloch unser netz besser was sie nicht mehr weg teleportieren ich befehle es dir und so und einmal auch ich habe gar nicht doch nennen vielleicht gut aus und zweit weil du bist ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen wie sagt wir auf land vielleicht ein bisschen umbauen mal gucken wie ich lust habe und zeit habe und sonst ziehen wir uns in der nächsten folie wieder bleibt dran lassen like abo und kommentar hier viel spaß